Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes & Fidget, die aber eigentlich gar keine neue Folge Shakes & Fidget ist, sondern eine Ankündigung für 19.30 Uhr, denn dort bin ich live auf Twitch und YouTube, einmal auf Dorsas Kanal und auf Davalons Kanal mit den beiden zusammen und ein paar anderen Content Creatoren beim sogenannten Shakes & Twidget Stammtisch, in dem wir drei Themenblöcke behandeln. Unter anderem den Feedback zum Elevator und Verbesserungsideen, beziehungsweise weitere Eventideen, Feedback zum Dämonenjäger und Rebalancing, Ideen für Verbesserungen der anderen Klassen und welche Features würdet ihr in Shakes & Fidget euch noch wünschen? Seid auf jeden Fall live dabei, denn auch ihr könnt da Kommentare schreiben im Chat und auf die werden wir dann auch eingehen. Seid dann mal gespannt. Ja, wir sehen uns dann bei Dorsa, Link ist in der Videobeschreibung oder bei Flo. Das war's dann auch von mir, haut rein, morgen geht's weiter mit regulärem Content. Das ist halt nur mal was Besonderes heute, ne? Kennt ihr das, wenn eure Eichel brennt? Diese Frage stellte mir Jumbo Schreiner in einer Schnitzelfabrik in Salzgitter. Ich war zuerst dort und habe es mir bereits mit einem abgestandenen Pilz gemütlich gemacht, weil ich wusste, dass Jumbo, wie üblich, zu spät kommen würde. Bis zum nächsten Mal.